30 Mitarbeiter kümmern sich gerade in der Schildkrötenhochsaison um die vom Aussterben bedrohten Tiere. Es ist Zeit für die Kammschildkröte zurück ins Badewannen warme Wasser. Schildkröten bewohnten die Erde schon, als es noch nicht einmal Dinosaurier gab. Abermillionen von ihnen wurden in den letzten Jahrhunderten getötet. Jetzt geht es darum, die letzten Exemplare zu retten und damit die gesamte Gattung. Es dauert nicht lange, bis Alicia das nächste Tier entdeckt. Wiederum eine Kammschildkröte, aus deren Panzer früher Brillen und wie der Name sagt, Kämme hergestellt wurden.